Ja hallo und herzlich willkommen liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu dem wohl interessantesten Release im Monat März 2020. Ja Mountain Blade 2 Banner Lords lautet der Titel und dieses Spiel ist durch seinen Early Access Release am 30.03. diesen Jahres noch in den Katastrophen Monat März mit reingerutscht. Ja falls du dir dieses Spiel kaufen möchtest ich habe einen Link für dich zu meinem Keyshow Partner Games Planet in der Videobeschreibung hinterlegt und da bekommst du 15% Rabatt ich bekomme da einen kleinen Obolus generell wenn du Lust hast ein bisschen Geld beim Kauf deiner Spiele zu sparen und diesen Kanal und meine Arbeit hier auf YouTube zu unterstützen würde ich mich sehr freuen wenn du den Link in meinem Kanal Banner benutzt und da shoppen gehst so erleichterst du mir den Kauf solcher Spiele zum Beispiel ich habe nämlich keinen Key bekommen ich habe nicht mal Antwort der Entwickler bekommen ja ich bin eben ein kleiner YouTuber und da bekommt man das ein oder andere Mal nicht mal Antwort geschweige denn einen Key das ist nun mal so aber ich schaue natürlich trotzdem gerne für euch und mit euch in dieses ja doch sehr interessanter Spiel ich muss sagen ich bin kein Mountain Blade Fanboy ich habe zwar den alten Titel gespielt aber ich habe es nie viel gespielt von daher fremdele ich ein wenig mit diesem Spiel einfach weil die Grundphilosophie dieses Spiels ja ich nenne es mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das soll jetzt gar nicht wertend klingen sondern es ist wirklich einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig wir spielen eine Kampagne das Tutorial lassen wir aus generell zur Struktur dieses Let's Plays wir werden jetzt in der ersten Folge uns einfach mal einen Charakter erstellen wenn du daran kein Interesse hast dann schau dir einfach die nächste Folge an aber der Charakter Editor ist doch relativ umfangreich von daher möchte ich da auch einfach mal reinschauen es gibt sechs Völker die ihr spielen könnt es ist ein wer Mountain Blade nicht kennt es ist ein fiktives Mittelalter Setting ohne Drachen ohne Zauberei es ist wirklich ein Setting nach historischem Vorbild aber mehr auch nicht also es ist eine Fantasiewelt in der wir uns befinden ein Fantasie Kontinent und der besteht eben aus mehreren Fraktionen sechs davon können wir hier wählen es gibt einmal die Vlandianer oder Vlandians ich weiß nicht genau wie man es jetzt auf Deutsch sprechen würde generell das Spiel ist auf Englisch ich werde nicht alles übersetzen ich tue mir mit Übersetzung immer ein bisschen schwer so grob werde ich den Inhalt wohl mal sagen aber ja es wäre ganz gut wenn du des Englischen mächtig wärst ich hoffe doch das Spiel kommt auch auf Deutsch aber bis jetzt gibt es nur türkisch chinesisch und Englisch es bleibt aber zu hoffen dass da noch eine deutsche Lokalisierung nachgeliefert wird denn der Markt ist ja recht groß und eine Lokalisierung kommt eigentlich immer ganz zum Schluss und da das Spiel im Early Access ist können wir da wohl noch hoffen ich habe da aber keine Infos und stehe leider auch nicht in Kontakt mit den Entwicklern um da mal nachzufragen wer was weiß der darf gerne natürlich in den Kommentaren uns erhellen 20% more upgrade XP to troops from battles also hier bekommen zu Truppen einfach 20% mehr Erfahrung durch die Kämpfe es ist ein angelsächsisches Setting sage ich mal generell ist es egal was ihr hier wählt ihr startet immer an der gleichen Stelle das muss ich sagen finde ich richtig richtig hart bescheuert finde ich richtig kacke muss ich jetzt sagen also weil es ist Wurst einfach ja was was ihr hier macht ihr startet einfach immer im Imperium die Sturgeons sind Wikinger finde ich auch sehr interessant aber wie gesagt das ist ja ein bisschen egal ne vielleicht hat das später noch irgendwelche Auswirkungen ich weiß es nicht vielleicht ist es auch ein Bug oder so dass man da immer keine Ahnung ich verstehe verstehe diesen Ansatz leider überhaupt nicht ja hier habt ihr die Wikinger die haben halt 20% less speed penalty from snow aber wie gesagt brauche ich nicht interessieren weil ihr startet ja nicht im Schnee halt ja aber da auch da kann gerne mal jemand der schon ein bisschen weiter im Spiel ist ich habe gestern halt mal ein bisschen reingedattelt ich kenne einfach vieles noch nicht und bin wie gesagt auch kein Mount and Blade Experte alles andere als das Empire ist eben ich hatte ich jetzt gesagt die Sturgeons sind so Wikinger ne also Skandinavier Wikinger Empire ist ein bisschen so das byzantinische Reich und da habt ihr eben 20% Baugeschwindigkeit von Stadtprojekten und Siege Engines also Belagerungswaffen und des weiteren mehr Asserei das sind die Beduinen die Sarazenen finde ich auch ein höchst interessantes Volk ja habt ihr könnt ihr 30% billiger Karawanen bauen was mit Karawanen auf sich hat habe ich noch keine Ahnung und ihr habt eben hier 10% weniger Handels Penalty die Kuzeits sind ein Reitervolk nach mongolischem Vorbild 10 extra 10% extra Speed Bonus für Horseman on Campaign Map also es ist eigentlich auch ganz geil da könnt ihr eben auf der Kampagnenkarte eure Reiterei ist ein bisschen schneller die Bartanians sind wohl zu vergleichen mit den schottischen Kelten oder den Gehlen also so Richtung Irland und so ja Forests gibt 10% less Speed Penalty also da kommt ihr einfach besser durch Wälder ich habe mich für den Angelsachsen entschieden so also hier habt ihr den Charakter Editor ich nehme mal einen Schluck Kaffee um mir die ein wenig anzufeuchten also köstlicher La Wazza Kaffee was keine Werbung sein soll aber es ist in meinen Augen einfach der leckerste Kaffee so also der ist mannigfaltig von den Möglichkeiten zumindest was die Anzahl der Knöpfe angeht ihr verschiebt mit jedem Knopf ein bisschen aber ich finde dass ihr diesen Grundcharakter dieses Gesichtes nur ganz schwer ändern könnt also ich wir gucken uns gerade jetzt mal den Wikinger an sieht ja irgendwie genauso aus oder sagen wir es ist ein Bruder der der ein halbes Jahr später auf die Welt geholt ja gut es geht nicht der ein Jahr ein Jahr jünger ist so gucken wir uns mal das Imperium an seht ihr das ist schade muss ich sagen jetzt gehen wir mal hier rein ah ja der sieht da schon mal ein bisschen anders aus aber die Nase sieht irgendwie auch grob schon wieder so aus auch die Mundpartie und hier diese diese Lachfalten also ihr habt ihr ich würde mir wünschen ja der ist jetzt halt braun wenn wir den jetzt mal sag ich mal die Hautfarbe hell machen dann sieht er auch schon wieder so aus ja wie wie so ein Angelsachse also das gefällt mir nicht gut da würde ich mir doch wünschen einfach für jedes Volk ein Grund verschiedenes Gesicht der der Ethnie entsprechend und dann zumindest eine abgespeckte Version dieses dieses Editors den wir uns jetzt gleich mal angucken ich finde es ist zu viel für meinen Geschmack obwohl ich gerne Stunden in solchen Charakter Editoren verbringe jetzt kommt das nächste jetzt haben wir hier drei verschiedene Voices was hier positiv auffällt und das sage ich jetzt als Sound Designer und Toningenieur ist dieser Voice Pitch der ist ganz gut gemacht das ist jetzt nicht so sag ich mal Rocket Science hier so ein Voice Pitch zu machen aber da kann man auch Sachen falsch machen und das klingt trotzdem gut jetzt das klingt trotzdem natürlich vor allen Dingen erst wenn ihr hier ganz nach oben geht fängt es an ein bisschen merkwürdig zu klingen aber es geht noch da wird es ein bisschen Mickey Maus aber es geht noch ja also das ist eine gute gute Möglichkeit auch wenn man es hier in Low Pitch macht bleibt natürlich die Stimme also das haben sie gut gemacht aber was haben wir denn hier für Sprachsamples bitte ja also ich weiß nicht wenn sich wenn sich so ein Voice Sample auf Gebrülle reduziert finde ich ja da wird einfach ein Potenzial verschenkt kannst du auch mal einen Witz erzählen oder irgendwas halt ja aber nur also weiß ich nicht also da auch da ist es verschenkt der Entwickler meines Erachtens das erste Mal schon Potenzial und das wird uns immer mal wieder begegnen zumindest ist mein Ersteindruck so aber sehr gerne postet da einfach mal die Kommentare was euer Ersteindruck ist aber ich sag mal die die Mountain Blade Fanboys die kennen das aber wir sind jetzt im Jahr 2020 ja und wir sind weit im 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 21. Jahrhundert jetzt drin und da kann man schon mal eine Schippe drauflegen und einfach mal zwei drei Tage Recordings machen von einem Sprecher und da ein bisschen was bisschen was Atmosphärisches einsprechen ne okay was haben wir denn jetzt hier also wir haben jetzt hier den Skin Type also ihr seht auch der Oberkörper ist auch überhaupt nicht zu designen eigentlich könnt ihr nur die Größe hier so ein bisschen machen wir mal ein bisschen größer so mehr geht da nicht ne verstehe ich jetzt auch nicht also wenn du auf der anderen Seite hier so dann 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 mach doch diese diese Idee die du jetzt anscheinend hattest das soll ja Leute Spaß bereiten die einfach viel Spaß an solchen Reglern haben ja dann weiß ich nicht warum man nicht hier noch vier Regler hat und ich würde mir halt hier sowas das interessiert mich alles nicht so ich mache gerne viel Gesichter aber sag ich mal ein mit einem Knopf ein abgespecktes Ding oder dass man so Regler in der Gruppe zusammenfasst und mit einem Regler steuert würde mir hier Freude bereiten denn wie gesagt man hat hier viel zu drehen aber es passiert irgendwie nicht viel ja also ob ich das jetzt so oder so mache ganz ehrlich das macht irgendwie nicht so viel aus ne und in der Summe ist es jetzt einfach viel Arbeit ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Sachen also das lassen wir jetzt mal so ich mache den Skin Type mache ich mal auf ein bisschen verwarzt weil ich so ein bisschen so ein Gangster machen will dann haben wir hier Eyebrow die suche ich mir noch aus Eyebrow Death kann man jetzt überlegen ja aber das ne also ist ja weiß ich nicht Eye Size ich würde sie gerne ein bisschen engstehender haben so vielleicht dann würde ich gerne das ein bisschen europäisch weil es sieht halt eben für mich nach wie vor noch nicht europäisch aus ähm so dann machen wir hier die ein bisschen schlupfliedriger das sieht dann schon ein bisschen besser aus dann die Augentiefe ist doch sehr tief in den Höhlen die Nase würde ich gerne noch mal ein bisschen so dann müssen wir den Mund natürlich noch ein bisschen äh hervorheben dass das ein bisschen schönes äh Profil kriegt der guckt mir so grimmig kann man hier auch ein bisschen Lipschip also hat hier irgendwie auch ein bisschen kantiger äh Kiefer da stehen die Frauen drauf aber der guckt so grimmig hier ist doch irgendwo bestimmt irgendwas mit Smile oder äh John Lipschip sehe ich es gerade nicht John Heidchen Face Rotation naja sonst behält er halt sein ich will euch da auch jetzt nicht irgendwie zeitmäßig da irgendwie so äh überlasten sag ich mal aber also war da eine Augenfarbe natürlich noch äh das geht das ist auch merkwürdig dass das ein Schieberegler ist ja ok ja ja hab dann halt so einen fließenden Übergang aber gut aber da da muss man jetzt nicht dran rummeckern das ist einfach eine Designentscheidung die gleichwertig ist zumindest ne naja sieht doch gar nicht so schlecht aus mal den Mund würde ich gerne noch ein bisschen breiter machen vielleicht ach hier da ist es habe ich übersehen ich habe weiter unten geguckt aber komm ein bisschen der will ja auch noch mal eine Perle abkriegen der muss ja nicht nur der der grimmige Typ sein Mouth Position naja das lassen wir so aber die Nase ist noch ein bisschen breit das gefällt mir noch nicht oh ja der ist auch hier maximal ja ist ja für ein für ein Europäer sag ich mal also als Voreinstellung auch nicht so sinnvoll ne also ja ich weiß nicht also für mich wirkt das so lieblos ist vielleicht der falsche Ausdruck aber irgendwie auch schon ja also zumindest hat da nicht so ein Typ irgendwie dahinter gesessen der ultra Bock hat das das ist alles mega geil aussieht und 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 dass die Leute da einfach sich fett austoben können sondern man hat halt irgendwie so Regler gespammt ne so kommt mir das irgendwie vor so die Augenbrauen kann man jetzt hier auch noch mal so ich ein bisschen tiefer ich mag immer tief tiefliegende Augenbrauen so ist das irgendwie cool die Augen sitzen aber insgesamt so ein bisschen naja hier kann man sie ein bisschen so 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 würde ich das mal lassen hier können wir noch Markings brauchen wir irgendeinen Narbe also sowas finde ich natürlich immer super affig gut das ist natürlich wenn du so ein Highlander spielst oder so aber irgendwie ja weiß nicht ist das hier so ein Indianerstamm oder was aus wie ist das Indonesien oder so ne irgendwie eine Narbe vielleicht mach doch das ist ein bisschen drüber vielleicht wir wollen ja trotzdem noch attraktiv für die Ladies bleiben die sieht mir ganz gut aus aber es kann ruhig ein bisschen weniger sein ich brauche jetzt nicht so die Imber Narbe so würde ich das lassen ok choose your family Barons Retainers weiß ich nicht was Retainers heißt your father was a bailiff for a local feudal magnet he looked after his leash estates hm weiß ich nicht Reiten Polarms brauche ich nicht Charm Trade also kurz jetzt mal zum Ansatz den ich jetzt so rollenspielerisch habe ich würde gerne einen ein bisschen schurkischen Charakter zumindest für den Anfang jetzt kann sein dass er sich dann später auch niederlässt und ja vernünftig wird wenn er dann Land und Titel hat sozusagen aber am Anfang soll das so ein bisschen Bogenschütze leichte Rüstung so sehe ich den irgendwie Schwertkämpfer hier können wir mal Leadership Skills nehmen wofür wir als Kind berühmt waren Tactics ja finde ich gut to make a good prediction oder was haben wir denn noch your bra das nee das brauche ich nicht ah das ist cool your attention to detail Athletics und einhändig das finde ich gut skill with the horse okay ah medicine of how the staunch bleeding to set a broken bones to remove embedded weapons and clean wounds to prevent effect das ist eigentlich auch gar nicht schlecht das ist eigentlich auch gar nicht schlecht ähm ne oder ne attention to detail ja okay okay um like all village children you helped out in the fields ähm haben wir die Schafe gehütet nö beim Schmied wie how to forge metal how to forge metal zweihänder sehe ich eigentlich nicht ich will mit mit Langschwert und Schild kämpfen wie sich das für ein Angelsachsen gehört ach guck mal warte mal dann nehmen wir hier das ach ne 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 oder mercenaries das ist auch geil huch jetzt ist das weg hat der dann alles gelöscht oder was to scouting and crossbow to cunning roguery experience with the dark side of human life you can tell when a guard wants a bribe weiß ich nicht was bribe ist ich glaube bestechungsgeld oder you know how to intermediate someone and have a good sense of what you can and can't get away with das finde ich eigentlich auch ganz geil ich würde echt gerne so einen schurkischen Charakter machen aber wieso macht der denn da jetzt zwei drauf verstehe ich nicht so ganz mal gucken wir mal attention and detail wo hat der jetzt ah mercenaries bei crossbow ne crossbow interessiert mich eigentlich nicht so naja kommen wir nicht drum rum ach komm wir bleiben mal bei den hunter attention to detail so da kriegen wir den bogen und dann kriegen wir auch noch tactics dazu hunted small game also wir haben die klein wild jagd betrieben as a youngster growing up in kalradia war was never too far away also krieg war hier nie weit entfernt you stood guard with the garrison jetzt wieder crossbow road with the scouts das ist interessant für uns the ability to control the horses ich will auch ein guter reiter werden auf jeden fall trained with the infantry joint oh das ist cool das ist cool so und mal jetzt mal ähm ne äh na 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 so dann würde ich eher das machen dann kriegen wir halt nochmal medicine dazu dann machen wir your skill with horses hunt so zack aber jetzt haben wir gar nichts in und das ist auch sinnlos ach so mhm your attention to detail rippa rippa hm ne machen wir hunt ja so ah ok skirmishes joint the skirm in here road with the scouts und dann horses und dann machen wir doch the skill with horses hier jetzt haben wir nur noch kein schwert das würde ich hätte ich gern noch also ein one handed aber so gefällt mir das schon ganz gut jetzt hm ah ja hier kann man sagen ah gucke also so before you set out for a life of adventure your biggest achievement was you defeat an enemy in battle you save the village from a flood ne you invested some money ne you haunted the dangerous oh da kriegen wir auch nochmal bogen aber auch crossbow you treated people well crossbow crossbow brauche ich halt überhaupt nicht ne mag ich mag ambrust nicht als waffe ähm das ist auch geil athletics bekommen wir da dann bekommen wir hier roguery wir haben halt gar nicht one handed müssen wir doch skill with horses pay attention to detail machen ja ich glaube ja dann haben wir zwei athletics das finde ich ganz geil weil der soll nämlich auch genau physical fitness speed and balance ja ja das ist voll wichtig für uns wenn wir so ein bisschen leichte Rüstung tragen wollen denke ich mal ist Geschwindigkeit key ja machen wir so so gefällt mir das gut was sagt ihr was hättet ihr genommen ja the famous escape in town find ich wie geil okay so so like many families in Calradia your life was upended by war your home was ravaged by the passage of army after army eventually you sold your property and set off with your father mother brother and your two younger siblings to a new town you'd heard was safer but you did not make it also ähm ja Krieg hat uns heimgesucht und eine armee nach der anderen kam hier vorbei und hat uns geplündert wir haben gehört irgendwo läuft's besser und da haben wir beschlossen selber bei der ganzen Familie dahin zu fahren Vater Mutter Kind Bruder und die kleine Schwester ähm so ähm das ist unser Bruder die Eltern sind tot die kleinen sind verschwunden und hier kommen wir jetzt auch nochmal okay you trick the Raiders das finde ich eigentlich ganz geil wir haben überlebt weil wir einen abgestorben haben weil wir die in die Flucht geschlagen haben mit Pfeilen da bekommen wir Tactics nochmal dazu oder wir sind schnell mit dem Pferd abgehauen das ist auch geil und da kriegen wir nochmal Scouting das finde ich auch ziemlich gut oder wir haben die ausgetrickst das finde ich eigentlich fast noch besser ich glaube wir machen das oder wir haben was organized Leadership ist auch nicht so verkehrt ne in dem Spiel ich will aber erstmal so ein lonesome Wolf sein natürlich haben wir auch Leute aber das ist halt jetzt einfach erstmal nicht unsere Stärke ist einfach so wir sind einfach so ein ähm zwielichtiger Bursche der einfach nicht viel drauf hat außer mit dem Bogen bisschen mit dem Schwert umzugehen kennt sich in der Unterwelt gut aus und heißt und heißt Otto ne Otto es kommt immer das gleiche ja das ist du das muss man auch besser machen Leute da kann ich immer derselbe Name auf ploppen dann nimmst du halt einfach mal 100 200 Namen oder so und da ist wenn da einer kam kommt der nicht nochmal Volk Fenton ne wir 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 nennen den Orphid Orphid so die Schwierigkeit ich habe in meinem privaten Spiel äh auf realistisch gespielt ich muss sagen ich bin hart geplatzt vor allen Dingen meine Truppen die sind ständig irgendwie drauf gegangen ich versuche es jetzt mal so das ach das kann man auch hier drauf klicken das ist ja praktisch ähm und das machen wir mal realistisch Enable Death auf jeden Fall Auto Elogurt Clan Member Perks für die per Hand skillen oder automatisch skillen kann das sein ich weiß nicht genau was das bedeutet so machen wir das mal ja wie gesagt äh ich werde das so grob übersetzen aber wenn ich hier dauernd diese riesigen Texte übersetze dann komme ich selber ins Schleudern das ist für euch auch kein Spaß von daher hoffe ich dass ihr dem englischen mächtig genug seid Brother it's been three days now we've been tracking those bastards I think we're getting close we need to think about what happens when we catch them How are we going to rescue Varick and Alda Are we up for a fight also es geht darum wie wir jetzt hier unsere Geschwister retten This looks like an old training field for the legions also hier geht es um das Tutorial das werden wir skippen und auch das skippen wir so One other thing brother we want people to take us seriously we may be leading men into a battle soon let's give our family a name und ein banner brauchen wir auch so wie nennen wir uns A few hours after you leave the training ground you come across a wounded man lying under a tree you share your water with him and try to address his wounds as best as you can he tells you he is a traveling doctor to thank you for your help he hands you a small bronze artifact which he says was once given him given to him in payment by a warrior who said only that it was related to Neretzes Foley was auch immer das ist he suspects it might be of a great value you resolve to find out more also wir haben hier einen verwundeten am Baum liegen sie haben seine Wunden versorgt und als Dank wir nennen uns mal York ihr könnt da gerne einen schönen Familiennamen der angelsächsisch klingt aber York finde ich eigentlich schon mal ganz geil also huch das ist ja hier so komisch weiß das ist der mir merkwürdig aus okay das Banner hier kommen wir das ist ähnlich wie der Charakterdesigner muss ich sagen halt ja da wird auch hier wieder Potenzial einfach liegen gelassen ohne das mit das kann man auch nicht mit irgendeinem Budget rechtfertigen oder so das ist einfach lieblos was was hier stattfindet muss man einfach so sagen also ihr könnt hier ein Symbol auswählen das ist ja herzlichen Glückwunsch ja das ist das Symbol und ich darf das Symbol dann auch in sechs Farben wählen ich weiß nicht ich glaube mein mein Computer kann 64 Millionen Farben warum jetzt sechs Farben hier gewählt werden die auch nicht alle schlüssig sind für mich ja verstehe ich nicht ich kann dann nochmal sechs andere Farben wählen für den Grund also ich kann jetzt nicht also ja weiß ich nicht was soll das denn also so eine Farbe wer will denn so eine Farbe als Hauptfarbe haben verstehe ich nicht wir nehmen natürlich Rot typisch für England ja kommt eigentlich nur weiß oder so also das ist ja schon mal da rosa pastellblau ich weiß nicht das Pastellblau wäre eher hier oben als Background irgendwie zu benutzen aber doch nicht für das Wappentier aber das ist vielleicht Geschmackssage und dann frage ich mich warum kann ich das nicht mehrfarbig machen vielleicht kommt es auch noch ich weiß es nicht aber das wirkt jetzt erstmal total lieblos ich habe hier ziemlich geile Symbole eigentlich die gefallen mir erstmal ganz gut aber jetzt zum Beispiel habe ich hier ein Kreuz das ist überhaupt nicht mittig hier auf diesem runden Schild wenn ich das jetzt maximal groß mache ist es hier oben abgeschnitten und hier unten kommt es nicht mal an den Rand ran verstehe ich nicht ist mir ein völliges Rätsel das ist einfach schlampig was da einem vorgesetzt wird anders kann man das nicht nennen tut mir leid das lässt sich nicht mit irgendeinem Budget irgendeinem kleinen Studio oder sonst was rechtfertigen das ist jetzt auch meckern vielleicht auf hohem Niveau aber sowas stört mich einfach wenn das hier asymmetrisch auf sowas würde man nicht machen das macht man doch mittig bei einem Rundschild ja ist einfach blöd anders kann ich das nicht sagen so wir werden einfach jetzt hier ich könnte jetzt hier so einen Löwen nehmen was total so ein Phönix ist doch irgendwie auch geil dann vielleicht schwarz ne wir sind rot und hier und machen das Gold sehen wir zwar ein bisschen aus wie so ein Lannister aber ne auch dass der Löwe jetzt hier nicht mittig ist das nervt mich da guck ich dann immer gegen an ist leider ein Fail in meinen Augen wie seht ihr das? stört euch das? ist euch das Jucke? aber in so einem Spiel ist es doch wichtig wo ich eine Dynasie spiele da kann ich drei Tage damit verbringen mir ein richtig geiles Wappen zu designen und da brauche ich die Tools dafür oder lass es gleich weg ja nehm einfach fünf ähm random oder sag ich mal ähm Standard Wappen die ich mir aussuchen kann oder zehn und dann ist doch gut aber warum gaukelst du mir denn hier so ein so ein so ein Editor vor wo dir dieser Löwe dann hier oben an die an die Kante stößt und unten ist total viel Platz weiß ich nicht aber vielleicht bin ich da auch zu empfindlich könnt ihr gerne mal äh sagen wie ihr das seht so ja was machen wir jetzt? ähm wir gehen erstmal in unseren Charakter rein ne wisst ihr was wir machen erstmal einen Schnitt und in den Charakter gehen wir nächste Folge rein wie ist euer erster Eindruck? ihr habt es wahrscheinlich schon äh die meisten von euch länger gespielt als ich also beteiligt euch gerne hier in ähm Form von Tipps und Tricks und so weil ich bin wie gesagt hier ein ähm Mountain Blade Greenhorn kann man sagen aber wie seht ihr die Kritikpunkte die ich jetzt hier geäußert habe zum Charakter Editor und zum Wappeneditor ähm ist jetzt für das Spiel erstmal nicht so relevant aber ich finde es halt einfach schade man hätte hier einfach ähm ja Pluspunkte sammeln können zumindest bei mir und ich äh verstehe es gerade nicht warum das so ist aber es ist eine Early Access muss man auch dazu sagen vielleicht kommt es ja noch ja also ähm aber ich möchte es fällt mir jetzt einfach schon mal auf also schreibt mir eure äh eure Gedanken eure Nöte eure Anmerkungen eure Kritik eure Tipps bitte bitte in die Kommentare ähm da freue ich mich schon sehr drauf weil ich weiß viele von euch spielen das lass mir ein Like da lass mir ein Abo da ich hoffe du bist nächste Folge natürlich wieder mit dabei ich bin der Basti und ich bin hier raus und vor allen Dingen bleibt bitte alle gesund ciao ciao Outro